hallo 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 willkommen zum neuen fortnite shop heute wieder ein kleiner knuffeliger shop wir gucken gleich mal rein da gibt es nämlich was zurück und zwar unsere asuki ist nach 29 tagen wieder zurück im shop eigentlich ein ganz neues kind hat auch verschiedene stile hier dazu die castaner als backlink und die nieren krallen dazu perfekt dann gehen wir weiter dann haben wir unsere schatten ruby hier mit blackout rucksack den schatten schlitzer in schwarz auch nicht schlecht und da gibt es auch den gleiter in schwarz sonst käme sehr in rot dann haben wir unseren aus die ist nach 49 tagen zurück falls ich nicht gesagt habe dann haben wir unseren chaos agenten der hat hier zwei verschiedene stile und dann hat er die modderkammer als backlink jetzt nach 29 tagen zurück und er hat auch eine chaos sense dabei und noch eine lackierung irgendwas mit schleim schwarzer schleim als die die gehörte noch zu ja da ist das kind dann haben wir in der nächsten zeile und dann zero zurück der ist nach 32 tagen zurück und hat hier den schwarze loch als backlink dann haben wir die nullpunkt lackierung auch die natürlich nach 32 tagen zurück dann kommen unsere ganzen karton skins hier einmal die boxine dann gibt es auch in schwarz oder dem halloween stil dann haben wir den boxer auch den gibt es dann in dem halloween stil und dann nochmal in so einem orange der ist grün die boxine ist orange das verwechsel ich immer dann haben wir den karten klopper dazu und dann gibt es hier den gleiter luftpolster wie gesagt alles nach 51 tagen zurück das fehlt auch noch die lackierung genau die kartonkreation die lackierung gehört auch noch mit dazu und dann gehen wir die nächste zeile da haben wir die täglichen einmal die dschungelspärin dies nach 31 tagen zurück der sumpfmann nach 32 tagen interessant das gehen ja wieso kommen jetzt nicht drauf dann hat das backbringen dazu salamander wollte ich sagen genau salamander dann haben wir fußwaren bin nach 42 tagen zurück sneaker die lackierung ist nach 47 tagen zurück dann haben wir poplock nach 54 tagen wieder im shop und rich ist nach 33 tagen wieder da er hat wohl verloren dann haben wir hier noch die elf franzes sachen die gehen jetzt irgendwann weg ich weiß nicht morgen oder so vielleicht sind sie noch heute da die alten pakete hier noch und das war's auch schon mit dem shop für heute machen wir zum nächsten mal tschau euer sem